Ja, ich nehme auf und lege auf YouTube hoch. Das war überhaupt immer. Aber was muss man hier machen? Das wusste ich gar nicht. Ich mache YouTube mit meiner Freundin zusammen. Ah, hier geht die Tür auf. Ja. Nach Autofahren. Meine Güte, ich habe einen Hustenanfall. Ja, Mann. Was denn? Den kriege ich gleich auf. Ich kriege gleich einen Kockanfall. Den Kock nicht. Dein Kock nicht so groß. Was geht denn hier? Ich sehe schwarz. Was geht es denn hier? Keine Ahnung. Geht irgendeine Opa da? Ich sehe einen Baum. Ich sehe schwarz. Ich sehe irgendwas anderes. Ich sehe noch einen Baum. Ich sehe jetzt Eingang. Wenn mich das gut jetzt überbelichtet. Ja, ne? Du bist jetzt aufhornig? Ja, ich bin schon bei so Minuten. Ach so. Hast du viele verloren? Ja. Für ein Jahr. Ich kann mich nicht bewegen. Ich kann mich auch nicht bewegen. Ich kann mich auch nicht bewegen. Doch, ich mache es eigentlich nicht aktiv. So wirklich. Zehn drei Videos am Tag. Fast jeden Tag. Wie? Drei Videos jeden Tag? Ja, ja. Ja. Ja, ich meine mein Schatz. Nehmt vor vier Tag auf. Wir nehmen Outlast auf. In dem. Hauen wir es auf. Ich nehme random noch irgendwas auf. Zwischendurch. Ah, dann nehmen wir es auf. Also eigentlich. Ja. Outlast. Hat er einen YouTube-Kanal oder was? Hat er einen YouTube-Kanal oder was? Das sind ja mit mir und Adrien. Die ganzen Outlast. Manche Outlast. Wir sind auch mit Adrien. Genauso wie arg. Also ich mache ja eigentlich. Ja. Also irgendwie ist bei mir alles hell. Ich brauche ich mal jetzt schon. Ich bin cool. Ist das denn? Ich kann mich nicht überwürdig befinden. Ah, die davon sind richtig toll. Ohne Bank? Schaut mal kurz auf, mach doch. Ja. Ja, ich habe ja eh das Ding. Ja. Man kann ganz gut ausgehen, einfach mal kurz auf. Ja. Ja. ich hab doch gesagt das war zufällig nein das war kein auch Katze miau ich bin drüben dann kann ich springen sind geklettert Kinder müssen aufpassen, ihr könnt ein paar Unfälle passieren D-Lein ging allein in den kleinen Kellerlein er spürt sich gut ich habe eine Karte, ich habe irgendwas gefunden, was ich nicht lesen möchte das ist noch was, will ich auch nicht lesen Gate 2, okay ja hast du unser Ziel hier sind wir im Alten haben oder was und gleich alte Opas oder was ja aber hier kommt gleich die Otters Lady und ihr auch schlitzen möchte und ihr rein reinschieben möchte ihre Daily Hunter da da ist nix da ist auch nix das ist ne Kerze die macht kein Licht die sind hochgegangen aber hier oben ist nix abgeschlossen da gehts wieder runter ja aber ich bin safe wir brauchen irgendeinen Schliste oder so der ist safe irgendwo ja ich habe hier Toilettenhäume wovon haben wir alles abgesucht hä? ne aber ne Waschbecken habe ich noch gar nicht nachgekückt ich habe nicht hier ist nix ne ist auch nix aha Toiletten noch mehr Räume Toiletten Toiletten oh ihr interagieren i was good never to touch the doctors i was manager's phone but he is hiding something er hat nur was im lesen da fühl mich zu faul ach da schon wieder lesen der medical director is looking closely at the blue folder in der Abstandsleitung da ist noch ne Tür also wir müssen jetzt nach oben gehen in die Babelette und äh irgendeinen blauen Hefter suchen irgendeinen blauen Hefter oben ja in der Bibliothek naja oben ist es zu das heißt müssten irgendwie erstmal was finden um hochzukommen ja ich mach nochmal witzig ob ich hier öffne und dein Bett ist auch nix schade den Schränk kann man auch nicht öffnen ist das denn auch für hm 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 ha ha hm 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 das auch nichts ich hab mal einen decken vielleicht ist dann schafft irgendwo noch an die decke auf seinen schacht und mann sagen du hast ja auch nicht ordentlich nachgeguckt alter wird es mich verarschen du hast nicht ordentlich nachgeguckt menschen hier macht doch bitte die tür auf bitte ich muss das machen ja rechts die tue und du gehst genauso du gehst genauso bescheuert wie die die legend davon die sagen man kann die springen das heißt die ganze junge wer frummelt dann dann die ganze zeit rum bitte nicht verarschen ich mag kommen wir müssen jetzt noch kaum eine creme ja 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 also die map ist besitzung ich hoffe es passiert noch was ich brauche jumpscares hallo wir sind schon neun minuten hier drin kein jumpcares fix hallöchen hier liegt irgendwas hat was gefunden das müssen wir unten wahrscheinlich gibt es wahrscheinlich gibt es überall auf der etage weil das schon der geld 123 das heißt die oben haben das ist ein bisschen einfach und gehen meine rücken tut er weh schatz sind auch weh na schade beim nächsten mal muss sie sich wieder wenn ich da bin dann kann ich sie ja eine popo-massage nein nein eine popo-massage ja wenn das befehlen muss ich hab doch so ein was hat sich denn jetzt geöffnet hier irgendwas was ich nicht weiß bestimmt so ein ding da so ein gitterding da ich bin zwei ärger wir aber für natürlich nicht ein ich mag hier oben ich habe rollstuhl noch ein stuhl ohne rollstuhl auch schon wieder müssen wir jetzt wieder nach unten gehen ja jetzt müssen wir schon wieder und dann haben sich die zweite tue geöffnet boah alter das zieht sich aber ganz schön hier länger her boah du scheiße zwölf minuten und es ist nichts passiert ach ich hätte schon wieder eine rappel hier da krieg ich ja nicht zu viel dann wieder zurück und wir den weg zurücklaufen das macht ja richtig viel spaß das macht mich motiviert ja ja wie er geht das sieht so dumm aus wie dank Mäuschen ist so doof das ich die 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 wir sind glaube ich die 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 jetzt interagieren noch warum muss man so interagieren ja weil lustig und so ist auch so eine ganz lustige herr doktor muss verarzt werden das guckte so blöd wir sind überhaupt nicht unauffällig versteckt eigentlich oder sind also an welchen sind nicht hier drin hier drin ist gerne der feld sie dich ich glaube wir waren zu laut kann erschein oder zu schnell müssen wir stecken oder können wir sagen ja müssen wir stecken das dauert ja lang ich drehe mich ein bisschen im karl Ja, du bleibst eh sitzen. Ist ja gerade schon vorbeigelaufen, da kommt jetzt das. Ja, kommt jetzt. Ich weiß, ich stehe hier gerade, ich stehe hier gerade irgendwie in jedem drin. Alter. Jetzt mal ganz vorsichtig, jetzt mal ganz vorsichtig. Was soll das? Was müssen wir wieder verstecken? Hm. Der kommt! Der kommt mir auch nicht! Ne, das ist zu spät, das ist zu spät, Leute. Gitter! Kannst du mal bitte dein Arsch aus dein Gesicht entnehmen? Ist so! Ja, du bleibst so stehen. Alter! Hallo! Ey, der hat Sommelsprossen so wie du, der passt zu dir. Ich habe keine. Ach ja, ich habe ja, ich weiß. Warte mal, jetzt lass mal gut chillen. Okay. Wollen wir jetzt schon gehen? Ich weiß nicht, wann können wir gehen? Du kannst doch stehen bleiben. Ich gehe jetzt, tschüss. Ach, jetzt können wir in die Library... Ja. In die Library. Oh, jetzt ist sie oben und wir sterben, mit so einem Vorfahren machen soll. Wo waren jetzt die Library? Oh, die hinten ist schon los. Oh, Junge, mein Rücken bringt mich um, entweder da oder da. Was ist hier? Wer hat die Stellen aufgesammelt? Ich bin nicht. Äh... In die Library! Oh, ich habe eine Schlüssel gefunden. Oh, jetzt müssen wir wieder alles nach unten. Oh, zwei. Wir haben eine zwei. Hatten wir davor auch schon. Ähm... Dann müssen wir noch eine Tür aufmachen. Ich weiß nicht. Nein, der Heffer war so ein Blatt mit einer zwei drinnen. Oh Gott, Alter. Ja. Wir sind grad gelaufen, cool. Oh... 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 Ich glaube, weil ich hier scheiße nicht... Ja... Ich hätte mir irgendwie anders verstanden, aber ja... Aber ja... Aber ja... Ich weiß nicht, wo wir hin müssen. Bin ich dir ehrlich, Alter. Bin ich dir ehrlich, Alter. Das machen wir auch schon das, auch nichts mehr. Das ist nichts mehr, das ist nichts mehr. Das ist nicht mehr. Vielleicht habe ich mich nicht gut genug in der Bibliothek umgesehen. Das war... Ich habe einen Schlüssel irgendwo hin aufkommen. Ah, bestimmen die gegenüberliegende Tür. Ah... Ich weiß, wo die... Ach, da... Ja... Ah... 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 Jetzt werden wir schlauer hier. Sag ich doch. Ah... Wir können eigentlich eh unten bleiben, wenn wir hier so einzig kommen, dann müssen wir eh wieder unten. Ich habe das Weihring. Ja, du musst wieder zurück. Nein, ich weiß. Meine nicht lieber. Mach der Schuberei. Ah, hier ist der Monster! Nein! Oh... Ah... Ah... Perfekt! Auch bitte nicht schon wieder das von vorne. Bitte nicht! Oh... Machen wir das jetzt? Der kommt da gleich in die Ecke! Dödelt man, wo sind sie? Dödelt man! Ah, der kommt! Pfff! Alter, wieso geht ihr? Seid ihr doch unmo? Oder so? Nein, wir bleiben jetzt hier in den Raum. Wir bleiben jetzt hier in den Raum und gucken uns auf die Räumstühle. Der muss ja auch triggern, dass er erstmal kommt. Ich fühle mich hier hinten echt wohl. Ich fühle mich hier hinten echt wohl. Ich fühle mich eigentlich auch ganz wohl hier. Er kommt. Ah! Wie er nicht auch kommt! Er kommt zurück! Ups! Er kommt zurück! Er kommt da zurück! Ah! Jetzt gibt's die Fusi! Ja, es gefällt dir, ne? Spitz! Bist du behindert? Alter! Ich schwäger schon! Du kommst einfach hinterher! Alter! Bitte! Nee, Mann! Mit dir! Ey! Trägt da so'n Schnacks! Was? Warten und warten! Warte doch mal! Ja! 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 Ha! Ich muss kurz weg! Und... Da hast du die Bibliothek! Ich hab das Beierring! Wir müssen jetzt hier runter! Ah! Er lauf' diesen Gang hin und her! Hast du die erschrocken? Oh! Das ist aber süß! Oh! 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 Ich hab... Oh mein Gott. Ich hab so ein Video. Da kannst du dir zu Hause mal angucken, wie du ja schrotten hast. Hast du... Keine Ahnung. Alter, mein ganzer Körper hat gerade gezittert. Ne, ich glaube, ich hab ein Gramm für den Fuß gleich. Alter. Warten, er kommt wieder. Warten, 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 warten. Am Stuck, bitte. Ich komm hier nicht mehr los. Ich komm hier, äh, ich komm hier nicht mehr raus. Jetzt. Komm wieder, Achtung. Warte noch nicht, nein, 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 jetzt nicht. Achtung, dann komm wieder. Ja. Wir müssen, jetzt geht's ja nach unten. Ich glaube ja, ne? Wahrscheinlich wieder. Jetzt. Jetzt. Man kann hier nicht sprinten. Aber eigentlich mal passiert hier irgendwas. Hier. Aber ich glaube immer falsch rum. Ich hab Drehwurm. Was passiert jetzt? Geht der Strom an? Können wir jetzt nicht ich da machen. Nee, wir müssen jetzt. Der könnte jetzt, sieh, als er kommt da vor, oder? Ja, wir müssen jetzt. Na, so. Können wir raus? Na, einen können wir nicht. Na, wir müssen da hin. Na, ist das der an die Ecke von Google ist vor. Ja. Ja, man geht vor euch auch schon. Hallo, Killerlein. Schleifte allein. Wo bist du allein? Ja, wir müssen. Ich seh deine Pizza am Rücken. Ich seh deine Pizza am Rücken. Cool. Riecht lecker. Ja. Ja. Hallöchen. Schau mal da an. Wir müssen nur uns verstecken, glaub ich, oder? Hä? Nee. Ist die grad runtergerollt? Ja. 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 Da ist nichts. Oh, der will feißen. Wir sind heuer. Oh, ich mache nicht viel auf Kacken gehen. Ich habe ruhig verlassen die mich in Ruhe. Mach die Scheiße dir zu. In die Futterluke. Machen Sie Hilfe? Ich muss gar nicht. Ich habe daran Probleme. Ich habe zu viele Burritos gegessen. Oh, mexikanisch? Boah, das war hart. Ein Mann in Po-Wohle gefistet. Scheiße, ich nehme mir auf. Aha, cool. Ah, hier. Äh... Ich habe eine Bibliotheke für... What the fuck? Was soll es hier darstellen? Hier ist die Karte, wie ich erkenne. Nebendran. Äh... Ach so. Das macht Sinn. Ach, das ist eine Toilette. Das sind die Toiletten. Telefon? Wir brauchen Code. Das sind die Toiletten. énormément. Wir brauchen... Wir brauchen... Ah. Wir brauchen keinen Code. Wir brauchen keinen Code. Wir brauchen keinen Code. Wir brauchen keinen Code. Weil ich sage, wir brauchen keinen Code, dann brauchen wir keinen Code. Mr. White, 26, 6, 8, 9. so will ich bewähren den Teleten. Hier, hier müssen wir hin. Aber was ist hier? Hier ist nichts. Hier ist nichts. Sechs, zwei, neun. Sechs, zwei, zwei habe ich schon daraus gefunden. Wie spät ist es? Ich muss noch duschen. Hier kommt ein Blunt, lady. Hier ist ein Dahl. Sechs, zwei, zwei, eins. Nein. Sechs, zwei, zwei, drei. Sechs, zwei, zwei, sechs. I hear something moving. Was ist jetzt richtig so falsch? Ich habe es gefunden. Sechs. Hier waren es sechs. Was ist das? Was ist das? Was? Was? Was ist das? Hallo. Ähm, Schatz. Sie hat sich halt übelst erschrocken. Du wirst das Video hören. Sie hat sich übelst erschrocken. ausgeschritten aber mehr weiß ich mich brauchen wie hier mein 626 auch so was hat sicher gelohnt gelohnt lobe den herrn hat da sich jemand erschrocken ich bin jetzt hier ich bin jetzt hier ja Und 30 Minuten später, wir haben bis jetzt nichts wirkliches erlebt hier in der Perkürung. Ich muss kurz nach was gucken. Alter, das ist immer langweilig. Oh mein Gott, ist die gruselig. Oh mein Gott. Ach so, der Stuhl ist von der Runde gefahren. Wäre aber auch nicht passiert. Vollkommen enttäuschend. Können wir vielleicht in kommen? Können wir rausgehen? Ist das... Ich will nicht. Cool. Toiletten. Können wir hier mal reingucken? Oh mein Gott. Ach. Ah. Hat sich irgendwas verendet? Nein. Nein, 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 nein. Ah ja klar. Keine aus dem Machen müssen. Der Typ ist hier auch nicht mehr zu sehen. So, die Leute. Wir haben richtig viele Informationen gefunden. Echt? Nehme ich gar nichts. Geil. Ich geb eigentlich das auch schon wieder auf. Ich hab auch keinen Bock mehr. Alter, das ist so ne... Ich geh raus, Alter. Was ist das? Alle da. allerun. Natürlich...